Ich nehme dafür die Home von Woolly Hux. Sie läuft 57 Meter auf 100 Gramm, besteht zu 40% aus Baumwolle und 40% Polyamid. Und ich verarbeite sie mit Häkelnadel Nummer 9. Zu Beginn schlagt ihr 8 Luftmaschen an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Achtet darauf, dass ihr nicht zu fest häkelt, damit ihr mit der Häkelnadel gut in die Luftmaschen einstechen könnt. So, und diese 8 Maschen werden nun rundum mit doppelten Kettmaschen behäkelt. Die erste ersetzt ihr mit einer Luftmasche für die Höhe und stecht dann in die zweite Luftmasche ein. Nehmt aber zuvor einen Umschlag auf die Nadel, einstechen, den Faden durchholen und durch alle Schlingen ziehen. Die dritte Luftmasche ebenfalls, die vierte, die fünfte, die sechste. Und in die siebte, das ist im Prinzip die erste, die ihr gehäkelt habt. Da kommen drei doppelte Luftdoppelte Kettmaschen rein. 1, 2, 3. Zeigt ihr um die Kurve herum und habt jetzt hier wieder die gegenüberliegende Seite der Luftmaschen. Hier kommt wieder in jede Masche, in die zweite, eine, drei, vier, fünf. Also wie auf der anderen Seite kommen sechs einzelne doppelte Kettmaschen. Und in die erste Masche kommen zwei. Eins, zwei. Und hier ist die Luftmasche, da kommt jetzt eine Kettmasche rein. So sieht das nun aus, wenn ich die erste Runde geschlossen habe. Für die zweite Runde häkle ich wieder eine Luftmasche für die Höhe. Und nun häkle ich auf die sechs einzelnen der ersten Runde wieder jeweils eine doppelte Kettmasche. Und ihr seht, ich steche jeweils nur ins hintere Maschenglied ein. Fünf, sechs. Jetzt habe ich die drei Maschen vor mir, die ich in der ersten Runde alle in eine Masche gehäkelt habe. In diese drei Maschen häkle ich jeweils zwei doppelte Kettmaschen. Eins, zwei. In die nächste, eins, zwei. Und noch einmal in die dritte, zwei Stück. Und wieder bin ich jetzt auf der anderen Seite und häkle nun wieder sechs Mal eine doppelte Kettmasche. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und in die folgenden zwei Maschen häkle ich jeweils zwei doppelte Kettmaschen. Eins, zwei. Und in die Kettmasche zum Rundenschluss der Vorreihe häkle ich eine einzelne Masche. Und dann in die Luftmasche wieder eine Kettmasche. In der dritten Runde häkle ich wieder, beginne ich wieder mit einer Steigeluftmasche und häkle nun in die folgenden Maschen jeweils eine einzelne Kettmasche. Sieben Stück, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Stück. Eins, zwei, immer ins hintere Maschen glied. Jetzt kommt einmal zwei doppelte Kettmaschen in die folgende Masche. Dann zwei einzelne, dann zwei einzelne und wieder zwei. Und jetzt kommen hier auf der anderen Seite acht einzelne doppelte Kettmaschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. In die folgende Masche kommen zwei doppelte Kettmaschen. In die nächsten zwei jeweils eine einzelne. Und dann wieder zwei. Und dann kommt eine Kettmasche in die erste Luftmasche. So, ich lege euch jetzt hier eine Zahl hin für die Runde, dass wenn ihr im Video zurückspulen müsst, dass ihr wisst, in welcher Runde ihr euch befindet. Auch die vierte Runde beginnt mit einer Luftmasche für die Höhe. Und in die folgenden Maschen häkelt ihr, in die folgenden sieben Maschen häkelt ihr sieben einzelne doppelte Kettmaschen. Vier, fünf, sechs, sieben. Dann häkelt ihr in die nächste Masche zwei. In die nächste nur eine. Und in die nächsten zwei, wieder jeweils zwei. Und dann wieder nur eine einzelne. Und noch einmal zwei. Und jetzt kommen wieder auf dieser Seite acht einzelne. Doppelte Kettmaschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und wieder einmal zwei. Dann eine einzelne. Und dann wieder zweimal zwei. Einmal. Und eine einzelne. Und wieder zwei. Und eine Kettmasche in die erste Luftmasche. Die fünfte Runde beginnt ihr mit einer zusätzlichen Luftmasche. und acht einzelnen doppelten Kettmaschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Dann einmal zwei. Dann einmal zwei. Zweimal eine. Einmal zwei. Entschuldigung. Einmal eine. Einmal zwei. Einmal zwei. Zweimal eine. Einmal eine. Einmal eine. Und einmal zwei. Und jetzt zehn einzelne. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Dann einmal zehn. Dann einmal zwei. Einmal zwei. Einmal eine. Einmal zwei. Einmal eine. Einmal eine. Einmal eine. Und die Runde wieder mit einer Kettmasche in die Luftmasche schließen. Und jetzt kommt die sechste Runde. Jetzt arbeite ich die Kante. Ich häkle zunächst eine Luftmasche für die Höhe. Und häkle nun um die Masche herum eine relief feste Masche. Dafür steche ich von hinten nach vorne um die darunterliegende Masche herum ein. Und arbeite eine ganz normale feste Masche. So entsteht dann diese Kante. damit das Körbchen schön stehen bleibt. Und ihr seht. Man kommt hier ganz schön vorwärts mit der Runde. Klar, mit großer Nadel und dicker Wolle kommt man schnell ans Ziel. Aber so hat man auch schnell mal noch ein Geschenk gewerkelt. oder sich für zu Hause eine tolle Deko gehäkelt. Und dann wird das Kante. Und dann wird das Kante. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Sie sieht sie jetzt kaum, weil sie sich ja hier so aufstellt. Das werdet ihr jetzt dann erst in den weiteren Runden sehen. Wir arbeiten ja jetzt keine Zunahmen mehr. Und ich arbeite jetzt auch in Spiralen weiter. Ich hätte hier eigentlich gar keine Kettmasche machen müssen, sondern einfach in Spiralen weiterarbeiten. Ich steche hier in die hintere Masche ein und häkle eine doppelte Kettmasche. Und das mache ich jetzt rundum, bis die Wolle aufgebraucht ist. Ich häkle jetzt einfach mal und schaue dann, ob ich noch etwas Hohle zurück behalte für eine Abschlussrunde. Also macht jetzt einfach so weiter in Spiralen ohne Rundenübergang immer ins hintere Maschenglied doppelte Kettmaschen häkeln. Ich zeige euch jetzt hier noch den Rundenübergang bzw. Spiralenübergang. Hier war ja bisher als der Rundenwechsel, aber da mache ich gar nichts weiter, als wie einfach drüber weghäkeln. So sieht das dann aus. Und ich zeige euch dann zum Schluss, wie man diese Kante begradigt zum Beenden der Arbeit. So, ihr seht, ich habe jetzt fast alles aufgebraucht. Hier wäre auch der Rundenübergang, aber hier verbrauche ich einfach das Material vollends auf. Weil, was will man dann mit so einem Rest vom Garn noch anfangen? Dann mache ich lieber mein Körbchen höher. Das wird man dann am Ende nicht sehen, dass auf einer Seite eine Reihe mehr drauf ist, als auf der anderen Seite. Und wenn ich jetzt sehe, dass ich hier nicht mehr viel Faden habe, dann arbeite ich eine einfache Kettmasche und dann noch eine und ziehe den Faden durch, steche bei der folgenden Masche auch nur ins hintere Maschenglied von hinten ein und gehe hier in die letzte Kettmasche auch ins hintere Maschenglied und hole den Faden durch und ziehe ihn bei der ersten Kettmasche wieder nach hinten. und so habe ich hier eine schöne glatte Kante und nun zeige ich euch noch, wie ich bei der Home den Faden vernähe. ich schneide ihn auf ca. 10 cm zurück und hole dann das Innere, was die Home so wunderbar aufbauscht das ziehe ich aus dem Faden raus weil das brauche ich zum Vernähen nicht und so habe ich jetzt einen schönen flachen Faden den ich hier auf der Innenseite durch die Maschen ziehen kann und so sieht dann euer Körbchen aus auch innen hat diese doppelte Kettmasche ein sehr schönes Maschenbild ein toller Boden den Faden haben wir ja zu Beginn mit eingehäkelt den können wir auch einfach zurückschneiden so, nun zeige ich euch noch, wie ich diesen Hänkel hier dran gemacht habe indem ich auf der anderen Seite ebenfalls einen annähe und zwar gibt es da solche Taschengriffe im Zweierpack die gibt es überall dort, wo es gar nicht von wo die Hacks gibt und die sind auf beiden Seiten so doppelt gelocht und ich habe jetzt hier auf der einen Seite das erste Stück abgeschnitten und auf der anderen Seite mache ich das genauso ich schaue also, dass ich die gleiche Länge habe und schneide jetzt hier mit einer scharfen Schere die Rundung das Teil könnt ihr nochmal verwenden indem ihr eben dann hier erstmal auch wieder so eine Rundung ansitzt und das Ganze dann wieder so halbiert also man kann quasi mit einem Hänkel zwei Körbchen arbeiten manche hängen sie ja auch nur so auf einer Seite auf aber ich mache jetzt zwei dran so, dann benötigt ihr noch so eine Lochzange und ich habe hier die zweitgrößte Lochung eingestellt habe mich einfach danach gerichtet nach der Größe der vorgestanzten Löcher ich lege das also zur Hälfte und stanze so einfach durch, beide durch das geht wirklich so perfekt weil dann brauche ich gar nichts abmessen ob der Abstand stimmt oder nicht so passt das so jetzt habe ich hier einen Rest Garn der ist circa 20 cm lang und auch hier mache ich jetzt zum Annähen des Hänkels ziehe ich das Innenleben aus dem Garn und ziehe diesen dünnen Faden jetzt also verhältnismäßig dünnen auf eine Nadel und lege jetzt auf der anderen Seite das Körbchen an das den Hänkel ans Körbchen komme von der Innenseite nach außen ich achte jetzt darauf dass ich nicht durch einen Faden einsteche schon durch eine Lücke und dann geht es noch mal zurück auch hier drauf achten dass ihr nicht durch den Faden stecht so und jetzt mache ich es mir wirklich hier ganz einfach knote das fest an ziehe das Ende dann wieder auf die Nadel und gehe nur auf einer Seite nach innen und vernähe jetzt hier den Faden mit dem anderen macht ihr das genauso und dann ist euer Hänkelkörbchen fertig also diese Taschengriffe eignen sich dafür wirklich ganz toll man kann das auch an größere Körbe machen da kann man sie dann so anbringen also bleibt euch überlassen und wirklich das lässt sich lässt sich prima abschneiden so dass ihr diese Griffe vollständig verwerten könnt und keinen Abfall hat so nun hoffe ich das Video hat euch Spaß gemacht dann abonniert meinen Kanal ich stelle immer wieder neue Ideen ein dann hoffentlich bis bald eure Veronika das ist okay gehen auch Vielen Dank.